Nach Feng Shui gilt sie als Symbol für Wohlstand und Glück. Gemeint ist die dekorative und pflegeleichte Glückskastanie, botanisch Pachira. Die Glückskastanie wächst aufrecht und wird bis zu zwei Meter hoch. Ihre Heimat liegt in Mittelamerika. Als Zimmerpflanze ist sie meistens mit einem dekorativ geflochtenen Stamm zu haben. Das Laub ist fünfgeteilt, kräftig grün und erinnert an Kastanienbäume. In Zimmerkultur sind Blüten sehr selten. Die Glückskastanie braucht keine direkte Sonne und fühlt sich an einem halbschattigen Standort sehr wohl. Eine normale Raumtemperatur zwischen 18 und 20 Grad ist optimal. In der kalten Jahreszeit darf es nicht kälter als 12 Grad sein. Mit herkömmlicher, nährstoffreicher Blumenerde kommt die große Zimmerpflanze gut zurecht. Gießt die Glückskastanie sparsam, aber regelmäßig. Sie kann in ihrem verdickten Stamm nämlich Wasser speichern. Von Mai bis August versorgt ihr sie alle zwei Wochen mit einem handelsüblichen Blumendünger. Da die Glückskastanie eine hohe Luftfeuchtigkeit mag, solltet ihr sie hin und wieder mit Wasser besprühen. Ihr wollt euch das Glück in Form dieser Zimmerpflanze nach Hause holen? Dann achtet beim Kauf auf gesunde grüne Blätter. Junge, frische Austriebe sind ebenfalls ein Zeichen für gutes Wachstum.